Kim bei Koch. Folge 56, unsere Praktikantin Hanna-Marie. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kim bei Koch. Heute zu Gast Hanna-Marie. Hallo, ich heiße Hanna-Marie, ich komme aus Rülsheim, ich bin 15 Jahre alt. Meine Hobbys sind Leichtathletik, Volleyball und Trompete spielen. Ich darf hier mein Schülerpraktikum bei Koch absolvieren. Es war bisher sehr interessant. Ich war in den Abteilungen Entwicklung, Vertrieb und Auftragsabwicklung bisher. Ich habe sehr viel dazugelernt und alle Leute waren sehr freundlich und offen und haben alle meine Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass es so weitergeht und vielen Dank für eure Aufenthalte und Freundlichkeit. Vielen Dank Hanna-Marie und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Kim bei Koch.